Wo Worte fehlen, helfen Farben. Unter diesem Motto stellen Tumor-Patienten am UKT in einer Ausstellung ihre Bilder aus. Die Gemälde entstammen dem Patienten-Kurs Malen für Tumor-Patienten. Die Kunst dient dabei als Medium, die Sorgen zu verarbeiten. Untersuchungen haben nachgewiesen, dass Krebspatienten, die an einer Kunsttherapie teilnahmen, weniger an Depressionen oder Ängsten leiden. Die Ausstellung ist in der Corona-Klinik auf der Ebene 4 im Wandelgang zu sehen.